Hallo ihr Lieben, das ist ein, weiß ich nicht, kritisches Video. Eigentlich vordergründig sprachkritisch, aber es geht mir nicht um Sprachkritik. Es geht um worauf bestimmte sprachliche Formen meiner Meinung nach hindeuten. Ich weiß nicht, ob ich das nachvollziehbar machen kann. Also heute irgendwo gelesen, Gruppe X fühlt sich von Berufspolitiker bla 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 oder dieser oder jener Partei nicht gesehen. Und in dieser Formulierung, sich nicht gesehen fühlen von irgendeiner gesellschaftlichen Gruppe, von irgendwelchen Berufspolitikern oder bestimmten Parteien, finde ich, kommt wirklich komprimiert zum Ausdruck, was an unserem politischen System wirklich fundamental fehlkonstruiert ist. Diese Kategorie des Nicht-Sich-Gesehen-Fühlens ist Ausdruck von einem, ich würde sagen, strukturell kindlichen Verhältnis zur Politik. Das ist so, das Bild dahinter ist, kleine Kinder, die sich von ihren Eltern, also von ihren politischen Mamas und Papas nicht hinreichend gesehen fühlen, jetzt muss man sagen, wenn Politik so ist, dass es ein Eltern-Kind-Verhältnis strukturiert oder aufmacht, dann ist an Politik wirklich alles falsch. Ja, also sozusagen, wenn da so, ich fühle mich nicht genügend gesehen, ja, oder dann wie so, ich muss eskalieren, damit ich genügend Aufmerksamkeit kriege. Das ist das Verhältnis. Und das ist aber nicht der individuelle Fehler von dieser oder jener gesellschaftlichen Gruppe oder diesen oder jenen Berufspolitikern oder bestimmten Parteien. Das ist eine strukturelle Fehlkonstruktion. Ja, also sozusagen, es macht uns, es bringt uns in die Position, in eine Kindposition, in eine unerwachsene Position und es bringt Politiker in eine Elternposition. Und daran ist nichts gut für niemanden. Weder für die Gruppe, egal ob sie sich gesehen fühlt oder nicht gesehen fühlt gerade, oder auch nicht für die Berufspolitiker, die in eine sie völlig überfordernde Elternrolle kommen. Was, was, da muss man fragen, wo leben wir denn? Was soll denn das? Also, kurz gesagt, Politik, wenn sie nicht fehlkonstruiert ist, strukturell, bringt uns alle in eine Erwachsenenposition, in eine Gestalterposition. Also es bringt uns in ein erwachsenes Miteinander, wo wir uns als Erwachsene und Untererwachsenen austauschen. Natürlich von unseren verschiedenen gesellschaftlichen Positionen her, das heißt, von den verschiedenen Dingen her, mit denen wir jeweils in unserem Alltag zu tun haben. Und die sind nun mal verschieden, weil wir in völlig verschiedenen Welten leben, völlig verschiedene Berufe haben, völlig verschiedene Lebenserfahrungen machen. Aber darüber kann man sich ja auf Augenhöhe austauschen, wenn man eben wirklich ein bürgerschaftliches Verhältnis hat. Nämlich das Verhältnis von Freien und Gleichen. Und das haben wir nicht. Also wir haben die ganze Zeit so dieses Bittsteller, dieses Rangeln um Aufmerksamkeit. Also die politische Aufmerksamkeit ist begrenzt, und dann geht ein großer Kampf los um diese Aufmerksamkeit. Wer kriegt genügend Aufmerksamkeit? Kriegt die Chemieindustrie genügend Aufmerksamkeit? Kriegen die Langzeitarbeitslosen genügend Aufmerksamkeit? Kriegen die Frauen genügend Aufmerksamkeit? Kriegen die Kitas genügend Aufmerksamkeit? Kriegt die Rüstungsindustrie genügend Aufmerksamkeit? Kriegt die Landbevölkerung? Kriegt die Stadtbevölkerung? Wer, ja, Kampf um Aufmerksamkeit. Das ist ein scheiß System. Entschuldigung, wenn du Politik so konstruiert, darfst du dich über gar nichts wundern, weil das funktioniert so nicht. Politiker sind keine Eltern, sind keine Mamas und Papas. Und Bürger sind keine Kinder. Ja, so haben wir aber Politik konstruiert. Und deswegen, also ich finde in dieser Formulierung, Gruppe A fühlt sich von Politiker B nicht genügend gesehen, kommt alles zum Ausdruck, was falsch gelaufen ist. Tatsächlich, ich würde wirklich sagen, in der Moderne. Also sozusagen, es ist kein Problem dieses oder jenes Landes. Es ist einfach sozusagen im Übergang vom, wenn man das überhaupt so nennen will, Mittelalter zur Neuzeit, ist etwas fundamental falsch gelaufen, verrutscht. Oder wenn man freundlicher sagt, noch nicht passiert. Und das bedeutet, dass wir sozusagen eintreten in ein gemeinschaftliches Erwachsenenverhältnis, also in eine Rolle, die uns alle zu aktiven Gestaltern unserer Gesellschaft macht. Und das ist meines Erachtens das, was Politis, also Bürger, ursprünglich mal bedeutet hat. Oder was es uns heute bedeuten sollte. Also da ist meines Erachtens ein Bedeutungsverlust schon passiert. Schon vom Politis zum Zivis und vielleicht noch mehr vom Zivis zum Bürger. Aber das, was wir heute unter Bürgerschaft verstehen, hat wirklich diesen Ehrentitel nicht verdient. Also wir sind Bürger auf dem Papier. Aber ein Bürger ist nicht etwas, was auf dem Papier oder in irgendeiner Datenbank steht. Ein Bürger ist ein politisch aktiv gestaltendes Wesen. Und zwar nicht alleine, sondern gemeinsam mit ihren, mit seinen Mitbürgern. Also wenn wir gemeinsam werden, wir zu Bürgern. Bürgerschaft ist etwas, was wir uns wechselseitig schenken. Nämlich ein aktiv gestaltendes Verhältnis zur Gesellschaft, wo aber keiner Bittsteller ist und kein anderer ist Gönner oder Gewährer. Also Eltern-Kind in der Politik ist fatal als Kategorie und es drückt sich so oft sprachlich aus. Also die Sprache ist nicht die Ursache. Also die Sprache ist nicht das Problem, sondern es ist ein Indikator dafür, dass was ganz fundamental systemisch fehlkonstruiert ist. So sehe ich es zumindest. Also mein Appell, mein hilfloser Appell, ich weiß nicht an wen, an uns, an mich, an wen auch immer. Appelle sind Quatsch. Mein Vorschlag ist, gemeinsam erwachsen zu werden und dieses ganze Eltern-Kind-Ding aufzulösen in der Politik. Und das bedeutet dann halt, wir gehen alle in die Politik, wirklich alle. Aber nicht aus privater Eigeninitiative, weil das macht eben manche zu Eltern und manche dann zu Bittstellern oder Kindern. Und das dauerhaft und stabilisiert das systemisch. Und das brauchen wir nicht. Das überfordert die, die in so eine quasi ungute Elternrolle kommen. Die Berufspolitiker müssen wir uns als komplett überforderte Menschen vorstellen, wenn wir Realisten sein wollen. Und es bringt die anderen in so eine passive, ich muss laut genug schreien, ich muss laut genug nölen, damit ich Aufmerksamkeit kriege, Rolle. Ja, was soll denn das? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Scheiß? Entschuldigung. So geht Politik nicht und so geht Demokratie nicht. Demokratie macht uns alle zu aktiven, politisch aktiven Wesen. Und das geht halt nun mal nur über das demokratische Losverfahren. Tut mir leid, wir brauchen das demokratische Losverfahren. Wir brauchen geloste Bürgerversammlungen verfassungsmäßig. Entscheidend ist verfassungsmäßig. Nicht mal als Experiment und als kleines, so wir machen da mal was, sondern verfassungsmäßig, das heißt regulär, regelhaft. Zentral muss die Politik über geloste Versammlungen laufen. Dann wird aus unserem Staat eine Polis. Und dann trägt unsere Demokratie ihren Namen zurecht. Als ein Zusammenschluss von Freien und Gleichen. Als eine Gemeinschaft aus Freien und Gleichen. Das ist das, was wir brauchen. Jo, habe ich mich mal wieder aufgeregt, erfolgreich. Yay, super. Ist auch nicht sonderlich erwachsen. Nichts, was ich hier in diesen Videos tue, ist sonderlich erwachsen. Nach meinem eigenen Leben. Kann es auch gar nicht sein. Wie gesagt, ich rechne zu nicht auf Haltungen und Personen, sondern auf Strukturen und Systeme. So denke ich halt. Ceterum censio, isonomiam esse sortienda. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss. Daher ist das. Ja, ich rechne, Das ist das.